Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Heute wird es endlich zeigt, dass wir das aktuelle Flaggschiff von OnePlus, das OnePlus 7 Pro, mit dem aktuellen Flaggschiff von Samsung, also dem Samsung Galaxy S10 Plus vergleichen. Ich habe diesen Vergleich die letzten Jahre nie gemacht, weil es meiner Meinung nach einfach nicht gepasst hat. Die OnePlus Smartphones waren zwar preis-leistungstechnisch immer super, konnten aber nie ganz oben mitspielen und auch preislich hat das einfach nicht gepasst, weil die Geräte natürlich auch günstiger waren. Dieses Jahr ist allerdings alles anders. OnePlus will ganz oben mitspielen und hat das OnePlus 7 Pro auch dementsprechend ausgestattet und ganz wichtig auch die Preise nach oben erhöht. Wenn man da jetzt mit einbezieht, dass die Preise des Galaxy S10 Plus in den letzten Wochen wirklich schnell gesunken sind und noch schnell weiter sinken werden, dann werden diese beiden Smartphones sehr, sehr bald auf einem Preisniveau sein. Hier in diesem Video möchte ich euch natürlich die wichtigsten Unterschiede zeigen, denn es gibt durchaus einige und am Ende dann die Frage klären, welches für wen von euch besser geeignet ist. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Beide Smartphones sind weder besonders klein noch besonders handlich, aber das OnePlus 7 Pro ist dann doch nochmal etwas größer als das Galaxy S10 Plus und vor allem auch etwa 30 Gramm schwerer. Das merkt man auch im Alltag. Das S10 Plus liegt zumindest für meinen Geschmack etwas besser und angenehm in der Hand und ich kann es zumindest teilweise noch ganz gut einhändig bedienen. Den Übergang vom Rahmen zum leicht gebogenen Edge Display haben aber beide Hersteller ziemlich gut hinbekommen. Man fühlt ihn eigentlich kaum. Beide Smartphones haben extrem dünne Displayränder. Der Punkt geht für mich aber an OnePlus, einfach weil sie die cleanere Front ohne irgendeine Aussparung haben. Das Galaxy S10 Plus hingegen kommt mit einem Punchhole. Darin sitzen dann beide Frontkameras. Das ist zwar nicht besonders groß und man gewöhnt sich relativ schnell dran. In manchen Situationen lenkt es aber eben doch irgendwie ab. Das Problem hat man bei OnePlus nicht. Möglich wurde dies durch eine sogenannte Pop-Up Frontkamera, die bei Bedarf einfach aus dem Gehäuse herausfährt. Das geht super schnell und ist bisher auch extrem zuverlässig. Insofern ist es in meinen Augen bisher auch die bessere Lösung. Dafür ist das OnePlus 7 Pro eben merkbar schwerer und ob diese Lösung nicht vielleicht fehleranfälliger ist, das wird auch erst die Zukunft zeigen. Beide Smartphones können via 2D-Gesichtserkennung entsperrt werden. Das ist allerdings ziemlich unsicher. Deutlich sicherer sind da die ins Display integrierten Fingerabdrucksensoren. Während OnePlus hier allerdings auf eine optische Lösung setzt, verbaut Samsung einen Ultraschallsensor. Beide sind ähnlich schnell und zuverlässig. Ich persönlich bevorzuge aber den Sensor des OnePlus 7 Pro etwas, weil er größer und somit für mich auch besser zu treffen ist. Da würde ich aber zu einem Unentschieden tendieren. Eine klassische Benachrichtigungs-LED haben übrigens beide Smartphones nicht mehr. Der Rahmen besteht in beiden Fällen aus Aluminium in Hochglanzoptik. Die lauter Leisewippe sitzt jeweils auf der linken Seite. Samsung platziert hier zusätzlich noch eine Taste für Bixby, also den hauseigenen Sprachassistenten. Dafür hat OnePlus rechts noch einen Notification-Switch. Der sitzt über dem Power-Button und hier kann OnePlus definitiv punkten, denn der Power-Button ist deutlich sinnvoller platziert als bei Samsung und vor allem auch besser zu erreichen, wie ich finde, ein riesiger Vorteil. Das Galaxy S10 Plus hat auf der Oberseite einen Einschub für entweder zwei Nano-SIM-Karten oder aber eine Nano-SIM und eine MicroSD, mit der da wahlweise 128, 512 GB oder 1 TB große Internetspeicher erweitert werden kann. Auch das OnePlus 7 Pro hat auf der Unterseite so einen Einschub für bis zu zwei Nano-SIM-Karten. Der 128 oder 256 GB große Internetspeicher kann hier allerdings nicht erweitert werden. Das ist definitiv ein Punkt für Samsung. Das gilt auch für den 3,5 mm Klinkenanschluss auf der Unterseite. Den hat das OnePlus 7 Pro nämlich nicht. Ansonsten haben beide Geräte einen USB-C 3.1-Port und Stereo-Lautsprecher. Der zweite wurde jeweils in die Hörmuschel integriert. Beide Geräte können ziemlich laut werden und liefern insgesamt einen guten Sound. Auch hier gewinnt aber wieder das Galaxy S10 Plus. Es übersteuert bei weitem nicht so schnell und liefert einfach einen noch volleren, klareren, besseren Sound. IP68, also gegen das Eindringen von Wasser und Staub, ist übrigens nur das Galaxy S10 Plus zertifiziert. OnePlus gibt aber an, dass das 7 Pro ähnlich wasserdich ist und diverse Teardowns bestätigen das ja auch. OnePlus hat sich eben einfach das Geld für die Zertifizierung gespart. Davon mag man jetzt halten, was man will. Die Rückseite beider Smartphones besteht aus zu den Seiten hin leicht abgerundetem Glas. Das Galaxy S10 Plus gibt es allerdings auch, wie hier im Video zu sehen, mit einer Keramikrückseite. Hier gewinnt für mich aber OnePlus. Beide Smartphones fühlen sich zwar extrem hochwertig an und sind ähnlich hervorragend verarbeitet. Die Rückseite des OnePlus 7 Pro in der Farbe Nebula Blue ist allerdings matt gehalten und dadurch nicht ganz so anfällig für Fingerabdrücke wie die des Galaxy S10 Plus in egal welcher Farbe, außer vielleicht weiß. Am Ende entscheidet hier aber vermutlich euer persönlicher Geschmack, also welches Design und welches Material euch einfach besser gefällt. Die Kamera des OnePlus 7 Pro ragt noch etwas mehr aus dem Gehäuse hervor als die des Galaxy S10 Plus. Wirklich negative Folgen im Alltag hat das aber nur sehr selten, also da nehmen sich beide nicht viel. Weg von der Hardware hin zur Software. Beide Smartphones kommen natürlich mit Android 9 Pie, beide Hersteller legen aber auch jeweils ihre hauseigene Benutzeroberfläche drüber. Im Fall von OnePlus ist es Oxygen OS, Samsung nutzt seine hauseigene One UI. Die beiden Benutzeroberflächen sind tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Während OnePlus versucht möglichst nah an Stock Android zu bleiben und das Ganze mit einigen Zusatzfunktionen ergänzt, ist Samsungs One UI nach wie vor ziemlich weit von Stock Android entfernt. Für die One UI spricht eben meiner Meinung nach, dass sie noch mehr Zusatzfunktionen bietet. Allen voran das richtig gute Always-On-Display, das euch auch im gesperrten Zustand über verpasste Benachrichtigungen informiert und zwar auf Wunsch dauerhaft eingeblendet. Das gibt es zwar auch bei OnePlus, es kann aber eben nicht dauerhaft eingeblendet werden, zumindest noch nicht. Samsung hat außerdem einen eigenen Theme Store, den hauseigenen Sprachassistenten Bixby und insgesamt einfach noch mehr Personalisierungsmöglichkeiten. Ich will aber ganz ehrlich sein, nicht alles davon braucht man wirklich. Vieles ist auch einfach unnütz bzw. eine Spielerei. Unterschiede gibt es dann aber auch wieder bei den verbauten Prozessoren. OnePlus setzt hier auf den Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core mit maximal 2,84 GHz. Dazu gibt es je nach Version 6, 8 oder 12 GB RAM. Samsung verbaut zumindest bei uns hier in Europa seinen hauseigenen Exynos 9820 SoC. Ebenfalls ein Octa-Core mit maximal 2,73 GHz. Dazu gibt es dann 8 GB RAM. Auch wenn prinzipiell beide Smartphones eine wirklich gute Alltagsperformance liefern, geht dieser Punkt an OnePlus. Egal ob beim Öffnen und Schließen von Apps, beim Scrollen, beim Navigieren über die Homescreens und so weiter. Es ist einfach nochmal einen Tick schneller als das Galaxy S10+. Das sieht man im direkten Vergleich und merkt man teilweise sogar im Alltag. Hier profitiert man auch einfach von dem 90 Hz Display des OnePlus 7 Pro. Alles wirkt einfach nochmal einen Tick flüssiger als beim 60 Hz Display des Galaxy S10+. Das zeigt sich natürlich auch bei Spielen, vor allem wenn die auch dafür ausgelegt bzw. angepasst sind. Auch hier liefern beide eine wirklich gute Performance mit toller Grafik und flüssigem Gameplay. Das OnePlus 7 Pro ist aber einfach nochmal einen Tick besser. Wobei man dazu sagen muss, dass es unter Volllast auch etwas wärmer als das Galaxy S10 Plus wird. Das dürfte aber erst im Hochsommer relevant werden. Momentan ist mir da nichts irgendwie Auffälliges aufgefallen. Das mit den 90 Hz war eigentlich schon die perfekte Überleitung zu den Displays, denn auch hier gibt es natürlich Unterschiede. OnePlus verbaut ein 6,67 Zoll großes Fluid AMOLED Display. Damit spielt man natürlich auf die 90 Hz an. Es löst mit 3.120 x 1.440 bei etwa 515 ppi auf. Samsung hingegen verbaut ein 6,4 Zoll großes Dynamic AMOLED Display, das mit 3.040 x 1.440 bei etwa 526 ppi auflöst. Beide Displays sind gestochen scharf und im Alltag kann man keine einzelnen Pixel mehr erkennen. Da gibt es im direkten Vergleich keine Unterschiede. Farbdarstellung und Farbechtheit sind prinzipiell bei beiden ziemlich gut. Samsung überzeugt hier aber mit der noch etwas realitätsgetreueren Farbwiedergabe und dem etwas besseren Weißwert. Groß ist der Unterschied aber wirklich nicht. Ähnlich sieht es dann bei der Helligkeit aus. Prinzipiell überzeugen hier beide auf ganzer Linie. Und selbst bei direkter Sonneneinstrahlung hatte ich nie wirklich Probleme mit der Ablesbarkeit. Das Display des S10 Plus wird aber zumindest im Automatikmodus einfach nochmal einen Tick heller. Ich tippe mal so auf 100 bis 150 Candela Unterschied. Dafür punktet das OnePlus 7 Pro eben wie schon erwähnt mit den 90 Hz. Ist am Ende auch irgendwie Geschmackssache, aber ich würde die 90 Hz bevorzugen. Und damit kommen wir jetzt endlich zur Kamera. Vor allem hier will OnePlus ja aufgeholt haben. Sie verbauen eine 16 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f2.0. Samsung hingegen verbaut gleich zwei Frontkameras. Einmal 10 Megapixel mit einer Blende von f1.9 und dann noch eine 8 Megapixel Kamera für Tiefenschärfeinformationen. Auf der Rückseite haben beide eine Triple-Kamera, bestehend aus einer Hauptkamera, einer Weitwinkelkamera und einer Telezoom-Linse. Die Auflösungen und Blenden sind aber natürlich unterschiedlich. Das erspare ich euch jetzt, blende ich euch nur schnell ein. Die Kamera-UI ist in beiden Fällen ziemlich intuitiv und übersichtlich. Hier ist es dann im Prinzip wie auch schon vorher. Samsung hat deutlich mehr Modi und Spielereien, Einstellmöglichkeiten und so weiter. OnePlus beschränkt sich auf das Wichtigste, wie beispielsweise einen Nachtmodus oder einen manuellen Modus. Ich muss auch ganz ehrlich hier sagen, dass ich die meisten Modi von Samsung im Alltag nicht nutze. Beim Zoom sollte OnePlus theoretisch die Nase vorne haben, denn OnePlus wirbt mit einem dreifachen optischen Zoom. Beim Galaxy S10 Plus ist der nur zweifach. Wir haben in den letzten Tagen aber ja schon gelernt, dass bei OnePlus eigentlich nur ein 2,2-facher optischer Zoom ist. Und dementsprechend halten sich die Unterschiede wirklich in Grenzen. Hier gibt es in meinen Augen keinen Gewinner. Anders sieht das dann bei der Weitwinkelkamera aus. Hier überzeugt das Galaxy S10 Plus mit der etwas höheren Bildschärfe und der insgesamt einfach etwas besseren Bildqualität. Den Unterschied sieht man. Kaum Unterschiede gibt es dann aber wieder bei den Hauptkameras. Bei guten Lichtbedingungen liefern beide eine hervorragende Bildqualität. Tolle Bildschärfe, tolle Farbwiedergabe und ein wirklich guter Dynamikumfang. Manchmal gefällt mir das OnePlus etwas besser, manchmal auch Samsung, aber einen Gewinner gibt es hier nicht. Das würde ich auch so bei Lowlight, also bei wirklich schlechten Lichtbedingungen unterschreiben. Hier fällt auf, dass Samsung dazu tendiert, die Bilder in der Nachbearbeitung stark aufzuhellen. OnePlus eher nicht. Dafür sieht das dann bei Samsung aber halt auch oft nach Matsch aus. OnePlus überspielt das mit dunkleren Bildbereichen. Hier können einfach beide momentan nicht mit Google oder gar Huawei mithalten, liefern aber eine ordentliche Bildqualität. Das muss man auch gestehen. Bei den Videos gewinnt dann aber wieder Samsung. Beide unterstützen hier 4K mit bis zu 60 Frames per Second. Das S10 Plus überzeugt aber vor allem mit einer realistischeren Farbwiedergabe, einer höheren Bildschärfe und der besseren Videostabilisierung. Auch beim Audio sehe ich Samsung vorne. Bei der Frontkamera würde ich dann wieder zu unentschieden tendieren. Bei OnePlus gefällt mir die Farbwiedergabe etwas besser. Gesichte wirken hier nicht ganz so kalt. Samsung hingegen liefert hier den etwas besseren Dynamikumfang. Empfang und Sprachabilität ist prinzipiell bei beiden ganz ordentlich. Ich persönlich finde aber, dass das S10 Plus bei der Sprachqualität die Nase etwas vorne hat. Dafür gefällt mir der Vibrationsmotor beim OnePlus 7 Pro etwas besser. Interessant ist aber natürlich auch das Thema Akku. OnePlus verbaut einen 4000 mAh starken Akku. Beim Galaxy S10 Plus sind es 100 mAh mehr. Im Alltag schaffe ich mit beiden relativ identische Akkulaufzeiten. Ich komme durch den Tag. Recht viel mehr ist aber meistens nicht drin. Das so bei 5,5 bis maximal 6 Stunden Display on time. Wenn ich das OnePlus 7 Pro von 90 auf 60 Hertz stelle, dann schafft es nochmal eine bis maximal eineinhalb Stunden mehr Display on time. Aber dann deaktiviere ich eben auch das meiner Meinung nach beste Feature. Bei der Ladetechnik hat OnePlus dann die Nase vorne. Das OnePlus 7 Pro kann in etwas mehr als einer Stunde komplett vollgeladen werden. Das S10 Plus braucht da 20 bis 30 Minuten länger. Dafür unterstützt das aber auch Wireless und sogar Reverse Wireless Charging. Sprich, Zubehör kann damit kabellos geladen werden. Vor allem Wireless Charging habe ich beim OnePlus 7 Pro aber doch schon ziemlich vermisst. Damit sind wir jetzt schon wieder fast am Ende dieses Videos. Vorher folgt aber erstmal noch mein Fazit. Und ich beginne jetzt erstmal mit den Punkten, die für das OnePlus 7 Pro sprechen. Da hätten wir zum einen die matte Rückseite. Da kann jetzt wieder der ein oder andere sagen, das ist Geschmackssache. Aber ich kenne wirklich keinen, der viele Fingerabdrücke auf seinem Smartphone auf der Rückseite mag. Und wie gesagt, dieses Blau ist einfach super schön. Das war jetzt vielleicht etwas mehr subjektiv. Aber wie gesagt, der Punkt geht für mich an OnePlus. Es hat auch einfach die noch bessere Performance. Die Performance ist bei beiden gut. Aber durch diese 90 Hertz, durch den Prozessor, durch die schlanke Software gewinnt hier OnePlus einfach. Ich glaube, das dürfte man sogar im Video gesehen haben. Auch wenn das hier natürlich mit 25 Frames per Second aufgenommen wurde. Der nächste Punkt ist dann auch schon dieses 90 Hertz Display und die cleanere Front, sage ich jetzt mal. Also dass wir hier halt einfach keine Notch, keine Aussparung haben. Aber wie gesagt, der Big Deal sind einfach diese 90 Hertz. Das ist meiner Meinung nach ein absoluter Game Changer. Es hat auch einfach die schnellere Ladetechnik. Dabei wird es auch nicht wirklich wärmer. Also jetzt nur beim Laden. Also das ist ein klarer Punkt für OnePlus. Den letzten Punkt habe ich dann mal so in Klammern gesetzt. Ich habe hier geschrieben Software und Updates. Das mit der Software ist etwas subjektiv. Aber wie gesagt, bei den Updates hat sich OnePlus in der Vergangenheit wirklich gut geschlagen. Hat auch für ältere Geräte schnell und häufig Updates geliefert. Auch Samsung hat sich da in den letzten Monaten aber gebessert. Vor allem beim Sicherheitspatch sind sie mittlerweile echt schnell. Schneller als OnePlus. Insofern setze ich das mal in Klammern. Das ist kein riesiger großer Pluspunkt. Aber ihr könnt einfach davon ausgehen, dass ihr bei OnePlus vielleicht sogar noch einen Tick länger Updates bekommt. Jetzt kommen wir zu den Pluspunkten für das Galaxy S10+. Das sind durchaus auch einige. Wow, was für ein Satz. Zum einen ist es natürlich handlicher und leichter. Habe ich hier am Anfang deutlich erklärt. Habt ihr glaube ich auch gesehen. Vor allem das mit dem Gewichtsvorteil ist für mich doch ziemlich wichtig. Der nächste Punkt sind dann wieder einige kleine. Zusammengefasst zu einem großen. Der Speicher kann erweitert werden. Wir haben nach wie vor einen Klinkenanschluss und es ist einfach offiziell IP-zertifiziert. Das ist für mich auf jeden Fall zusammen ein dicker Pluspunkt. Es hat auch einfach das hellere, farbächtere Display. Sieht man wie gesagt. Und wenn man bei OnePlus die 90 Hertz als Vorteil anbringt, muss man bei Samsung auf jeden Fall auch das hellere Display loben. Es hat außerdem die bessere Weitwinkel und vor allem auch die bessere Videokamera. Das sieht man auch deutlich. Ist für mich ein großer Pluspunkt, wenn man auf sowas Wert legt. Und der letzte Punkt ist dann einfach Wireless Charging. Ein Feature, das ich persönlich nicht mehr missen möchte. Ich weiß, viele haben das noch nicht ausprobiert. Können das deshalb vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Aber wie gesagt, das hätte ich auf jeden Fall bei OnePlus auch echt gerne gesehen. Am Ende ist es tatsächlich so, dass OnePlus ziemlich stark aufgeholt hat. Und in manchen Punkten jetzt sogar besser ist als Samsung. Dafür haben sie aber natürlich auch die Preise erhöht. Also im Vergleich zum letzten Jahr, da hat es ja noch bis zum OnePlus 6T gedauert, bis Samsung und OnePlus wirklich auf einem Preisniveau waren. Samsung dann natürlich mit dem deutlich älteren Gerät. Jetzt ist es, also dieses Jahr ist es eigentlich jetzt schon so, dass die beiden einigermaßen auf einem Preisniveau sind. Das hängt natürlich auch immer davon ab, welche Speicherversion man miteinander vergleicht. Also vor allem auch beim Galaxy S10+. Und dann kommt eben auch wieder dazu, dass das Galaxy S10 Plus einfach für einen ähnlichen Preis mehr Features hat. Wireless Charging, es hat den Klinkenanschluss, es hat den Micro SD Slot, es hat die etwas bessere Kamera, vor allem bei den Videos etc. und so weiter. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Deshalb würde ich es jetzt am Ende einfach davon abhängig machen, welches von beiden euch von den Pluspunkten, die ich eben so aufgezählt habe, mehr überzeugt. Welches euch optisch, also vom Design her besser gefällt. Und natürlich auch, welches euch von der Software her besser gefällt. Das sind so die größten Unterschiede. Und wenn ihr danach vorgeht, dann werdet ihr auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen. Die beiden Geräte sind auf jeden Fall ziemlich eng beieinander, enger denn je. Aber sie legen den Fokus einfach unterschiedlich. Denn während Samsung versucht, wirklich so ein richtig gutes Gesamtpaket zu liefern, konzentriert sich OnePlus halt zum Beispiel ganz auf die Performance und ist, was das angeht, momentan wirklich die Nummer 1. Also wie gesagt, zwei sehr gute Smartphones. Aber ihr müsst eben einfach schauen, welches für euch besser geeignet ist. Und das habe ich euch jetzt versucht, an so ein paar Punkten zu zeigen. Das soll es von dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte dem ein oder anderen bei der Kaufentscheidung behilflich sein. Ich werde euch hier jetzt nochmal meine Reviews verlinken zum OnePlus 7 Pro, zum Samsung Galaxy S10 Plus. Falls ihr euch jetzt noch für eins der beiden genauer interessiert, da stelle ich die beiden Smartphones einfach nochmal deutlich genauer vor. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage mir immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.